Nein Leute, es hätte so schön werden können, der Akku ist ausgegangen. Ich mache einfach weiter, weil bei mir zeigt sich den Akku nicht mehr an, die ist voll kaputt, die Kamera muss ich mir in der Neue holen. Ich habe noch nicht weiter gemacht, versprochen, hier ist nochmal der Code, ich war ja noch bei dem Booster hier. Goffita, Electrobus, Ligitang, Neubert, Klassel, Polyroth, Macho, Ripple, Super, Super, Preverse und Closer. Also Blussel, Polyroth, Cupju, Shellmet, Golat, Watchog, Fighting Stadium, Pencham, Deferry, Reverse und Hypno. Bellsprout, Golat, Drowsy, Clefairy, Pikachu, Fossil, Researcher, Hitmon, Lee, Korina, Reverse, Victory, Bell und Golrog. Die letzten zwei Packs Markuita, Drowsy, Scraggy, Bellsprout, Mienfo, Energy Switch, Scrafty, Sailfor, Silver Rush, Misch. Was soll ich dazu noch sagen, ne? Ein Drago-Rani-X. Ich kann nicht mehr, diese Puls, was sind das denn für Boxen? Was sind das denn für Boxen, Alter? Das sind ja Monster-Boxen, ne? Das ist echt heftig. Makuhita, Skorupi, Mienfu, Magmar, Shellmet, Mienfu, Playfossil, Super, 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 Preverse, Magmortar und ein Drape. Leute, ich kann nicht mehr. Ich bin fertig mit den Nerven. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Weil das ist krass. Drei Yaxes. Hallucha-Yax, Seismetor-Yax und Dragonite-Yax. Drei Full-Arts. Ein Fossil-Researcher-Full-Art. Ein Battle-Reporter-Full-Art. Und ein Heracross-Yax-Full-Art. Ja. Was soll ich dazu noch sagen, außer... Ich will mehr von dem Zeug. Ne, nicht. Also ich hab das Set jetzt komplett. Da wird auf jeden Fall noch ein Set-Video kommen. Leute. Ich bin's. Ich bin raus. Ich bin fertig. Ich brauch ne Erholung. Und ich werd jetzt weiter angeln. Und ich hoffe, euch haben diese Videos, chaotischen Videos da gefallen. Und ich sage Tschüss. Bis dann.